Ah, unsere Nationalhymne! Du hast einen Natel. Und hast du gerne die Binde? Und jetzt, du kannst dich vorstellen, du nimmst das Handy vorne und du schaust dich wie in einem Spiegel und drückt. Was kommt? Was kommt? Wir machen das immer. Es gibt sogar nackte Geschichten, Berichterstattungen, überall. Das Englische war für ... Es fängt an mit der Buchstabe S. Also das sind ... Alle machen das heutzutage. Ich weiss es! Selber. Fast wie Selber. Fast wie Selber. Selfie? Selfie! Give me five! Morgen können wir ein Selfie machen. Pausenlos habe ich jetzt immer nur Selfie. Jetzt zeige ich dir wie ein Selfie. Also du nimmst ein Telefon. Ja! Dann drehst du das, ziehst du dich wie in den Spiegel und dann schönes Lachen. Oh, schön. Voilà, das ist ein Selfie. Das ist unser Philosoph. Ich freue mich.